Unboxing, wie immer, Standard halt. Diesmal wieder bei Amazon bestellt, so wie immer eigentlich. Was haben wir diesmal? ZNation Season 1 bis 5. Habe ich wirklich für einen Schnapper bei Amazon bestellt. Diesmal glaube ich bei Amazon UK, wenn ich mich nie irre. Jeder der Zombies mag, der kennt sicherlich diese Serie. Und da musste ich mir gleich die Gesamtbox bestellen. So sieht die aus. Audio, Serioni, Blablabla, 2, DVD-Format. Steht auch nicht wirklich viel drauf. Ist aber auch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mit deutscher Tonspur. Das ist mal definitiv eine fette Box. Ich weiß jetzt nicht, wie man sie dazu bekommt, dass sie sich... Die ist auf jeden Fall mal nice. Muss man ja sagen. Fünf Staffeln in einer großen DVD-Box. Upsala. Ist auch schon abgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon alle komplett geguckt habe. Ich wollte sie einfach nur haben, weil sie schon mal ganz cool aussieht. So, einwandfrei. Nice. Die Box kommt erstmal hier hin. Denn ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Ich muss noch ein paar Unboxings machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. Ciao.